ja halli hallo liebe und ich bin der supporter bedürftiger angelo und ich bin der supporter wir gehen gleich in so eine komische arena rein ich ne warte hier einfach mein fettes wie heißt das ding den supporterfarmer den kakaofen also bis gleich so wir sind drinnen in einem schönen schlacht wir haben den haben fritz fritz natürlich beim gegner scheiße der domi millionen waffen an der fitz der fitz aus trüben sie fast bei uns wir haben schon gewonnen der anal alchemist ist nämlich auch bei uns ist echt zuversichtlich ja also ok so leute das ist ja das hässliche ding genommen warum man muss ja auch zeigen dass die sinnlos geworden ja dann fanden dich kaputt ich nicht mehr geht nicht guck mal das ist das ist an der grenze von der cpu mehr geht nicht völlig aus schwachsinn der bau ist doch so ein müll kann ich dich dafür wenn ich brauche immer so sehr viel kosten und beziehungs schaden machen wir versuchen ich komme zu dir super schade ist aber auch nur so ein kleines viel ja du kriegst auch heilung ja alle kommen mal dran alle kommen mal dran kein keine sorge okay super shiny oh gott guck mal hier fire magic ist auch noch da auch so ein fetter support so ein bisschen ich habe ja noch ein schild fällt mir gerade auf ich habe ein bisschen blöd gerade reagiert aha mit dem schild haben die gegner nicht gerechnet ich habe nur leider keins mehr nein die haben auch eins das ist doch unmöglich die schieten die schieten die schieten machen die einfach auch ein schild ich weiß nicht habe ich doch einen anstieg auf mich ran sehr schön also wie wir uns einfach hier durch quetschen als wäre das deathmatch ne als wäre das einfach deathmatch versuchen wir uns hier deutsch zu quetschen gerade aber wenn ihr auf mich was hab ich dir getan oh mein schild ist ready schnell 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 oh der schild die haben das schild verkackt so meins sitzt ich habe keine heilwaffen jetzt habe ich eine heilwaffe wo muss ich heilen einen Anschluss heilen okay Aua das habe ich dir nochmal getroffen okay eigenes schießen auf uns sehr schön holen wir uns den tower oh den wani rockettiert der 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 oh 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 ich fahr ja mal in die ecke wo der wo der swiffer wartet da ging manche glockenschaden weil ich mich gut heilen wenn ich hier in der ecke sitze oh oh von oben schießt was oh scheiße ich habe aus den drei gedrückt ich idiot hab ich auch mit schild gesetzt fuck Aber ich muss mir das angewöhnen, die richtigen Waffentasten zu drücken. Die sind voll schwer. Voll schwer, die richtigen zu drücken. Guck mal, der Swiffer hat so ein komisches Abzeichen hinten drauf. Ich glaube, der ist schon ein bisschen größer als Bronze. Das sieht aus wie... Wie... Wie Stein. Ich glaube, er ist Stein, Liga. Der sieht so aus, so grau, wie Stein. Ich glaube, das ist Stein. Nein. Ich habe ein Schild. Guckt mich nicht so böse an. Oh, jetzt können wir halt auch vorrücken. Oh, oh. Ich bin bombardiert. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. War eine schlechte Idee vom Tenji. Oh, oh. Zurück, zurück, zurück. Nein. Oh, nein. Anschluss down. Ich bin noch nicht. Aua, 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 ala, 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 ala Sorry, Pommes. Das war jetzt gerade mein Fehler. Ich bin total überfordert mit diesen Tasten. Too much Tasten hab ich. Oh je. Oh, krass, Alter. Oh, krass. Ja, ich treffe mir Eiken. Super. Ja, Anschluss nicht der beste Schütze. Mein Schild ist gleich ready. Ready, steady und go. Mein Schild ist ready. Okay, Pommes, ähm, nützt das natürlich gleich. So. Ach, tot. Super. Hä, durch was bist du gestorben? Hä? Raketenwerfer mit Plasma oben. Okay. Und der heilt sich jetzt wieder. Ja, wir töten ja gerade alles. Wir machen alles gerade Niedermetzeln. Ich weiß nicht, wo du bist. Leider bist du ja down. Okay. Ich kann leider nicht so viel Schaden machen mit meinen Drecksgelumpen. Oh, shit. Ich will gerade heilen und was machen. Ich hab das Schild wieder versetzt. Och. Ich will mal drei drücken. Ich weiß auch nicht warum. Ach, kacke. Ich will mal drei setzen, um zu schießen. Weißt du, um zu schießen, um zu wechseln? Vielleicht soll ich das wirklich weglassen. Oh, ich werde von hinten weggeballert. Oh, oh. Hinter uns. Die spawnen jetzt hinter uns. Scheiße. Ja, das war's. Die spawnen hinter uns, diese Säcke. Komm, ein Schild konnte ich noch setzen. Auch wenn es nicht viel gebracht hat. Nööö. Irgendwas heilen oder so. Vielleicht kann ich aber Schaden machen. Nein, kann ich nicht. Oh, ich werde gerade hochgeheilt. Nööö. Oder auch nicht. Ich versuche euch noch hochzuhalten. So ein bisschen. Ja, 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 ja. Gut, gut. Oh, ein schönes Schild, schönes Schild. Bleib stehen. Wieso roll ich denn? Wieso roll ich denn auf einmal vor? What the fuck? Noch ein Schild gesetzt. Bringt nicht viel, aber ich hab noch ein Schild gesetzt. Komm. So wurschtelt sie. Macht sie alle. Macht sie alle. Meine Freunde. Ist so easy. Und Hans nur ganz einsam und allein. Der einsame Wolf. Wir sind gerade voll bei dir an der Basis drin, ey. Geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Hä? Du schadest euch nichts bei mir. Voll geil. Man sieht nur nicht die Schüsse. Das ist das Problem. Man sieht die Schüsse. Das ist kein Hacker-Scheiß. Man sieht die Schüsse einfach nicht. Als die angefangen haben, diese Dual-Waffen zu machen, fing das an, dass man die Waffenschüsse nicht mehr sieht. Teilweise, manchmal. Das füllt kacke an, ne? Das füllt kacke. Ja, vor allem ist das, was ich schieße für euch. Ich hab' bis 4000 Schaden. Du bist halt nicht besonders gut, ne? Ja, ich hab' vier von den Raketenwerfen drauf. Mehr geht ja nicht. Na, zwei, meine ich. Zwei von den Dingen und drauf. Wir haben noch ein Schild da. Noch ein Schild ist da. Ja, da hat er keine Chance hier. Da hat er keine Chance. Niedergemetzelt. Ziegelmann. Ziegelmann. Auch ein Zuschauer. Haben wir getötet. Schon die ganze Ladung auf den Tropf geknallt. Reicht nicht aus, ne? Ja, keine Ahnung. Die wollten einfach eine coole Waffe reinmachen, die aber nichts bringt. Keine Ahnung. So, unser, unser. Hm, ich hab' das Gefühl, ich wurde irgendwie anvisiert, aber... Hä, ich glaub' die greifen unsere Motorenreaktor an, oder? Ich hab' schon die Kapuhr. Ich hab' keine Ahnung. Die machen wir uns kaputt, die machen wir uns kaputt. Die sind dort. Macht schnell zurück kaputt, Leute, geht rein, macht kaputt alles. Alles, was ihr machen könnt. Ich fahr' zurück, es bringt nicht viel, aber ich versuch's. Ich hab' lieber mit angreifen, sonst ich Idiot. Ah, die machen ja gar nicht mehr viel kaputt. Ah, nice, nice. GG! Also, das heißt, good game heißt das, oder einfach nur, gutes, äh, gut gespielt heißt das. Das heißt, gut gespielt. Hm. Guck mal, ich hab' voll geil gehealt. Ey, mein Magic Fire hat mehr gehealt. Würdest du mich verarschen? Ja, hast du das gemacht? Hätt' sogar mehr Damage gemacht. Äh, quack dich nicht mehr, Magic Fire. Du bist viel besser als ich. Meiner hat gar nicht geheilt. Voll scheiße. Ich glaub' den Zapport, den ich gebaut hab', der ist kacke. Ich hatte das Gefühl, meiner hat geheilt bei den Gegnern. Ja, du, Anschlussraketen, das sind Liebesraketen gewesen. Die haben die Gegner geheilt. Nee, also, ne, aber was ich sehr geil finde, das Schild, das Schild ist schon wirklich, ähm, das ist echt krass. Nicht viele haben das Schild dabei. Aber wenn du so zwei Schilde im Team hast, ist das richtig geil. Gut, jetzt hab' ich eine Million. Jetzt könnte ich ihn hochladen. Anschlussraut eine Million. Er kann den Kenta hochladen. Aber denk dran, Anschlussraut, Farbe muss grau sein. Ich hab' grad 800.000 verdient. Na gut, ähm, wir sehen uns gleich in der nächsten Schlacht wieder. Und den Kenta werden wir uns auch gleich anschauen. Also, bis gleich. Ja, ein paar, Kenta mag eins. Guck mal, Anschlussraut, da hat jemand deinen Roboter gekauft. Hm, ich? Achso, da drüben, ja. Beim Gehschnurr-Team. Na, ob das denn gut wird? Anschlussraut, wir werden verlieren gegen deinen Roboter. Ich hab' auch einen. Neben Roboter. Kommt mal an, wie er ihn ausgestattet hat. Die Battle für Hellion-Krater hat begonnen. Ähm, du-du-du-du-du. Wir werden wir gleich sehen, wenn er uns entgegenkommt, werden wir ihn vernichten. Die Frage ist auch, ob er überhaupt diese Lichter dran hat, ne, als Augen. Die meisten Leute werden sie wahrscheinlich ausmalen, einfach nur. Naja. GC halt, kostet halt ein bisschen Geld. Kosmetik. Oh, er ist auch nicht. Kosmetik. Einfach stellt sich jetzt hier so hin und denkt sich so, ja komm, den holen wir uns. Den Dorm. Den Dorm holen wir uns. Oh, shit, da schießen ein paar Gegners. Äh. Ich hab' mich einfach nicht zu treffen, hab' ich das Gefühl. Okay. Mhm, hast du schon Gegner gesehen, Anstieg? In der Mitte vielleicht diese ganzen Gegners? Aua. Hm, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Nein, jetzt werden wir ein bisschen länger warten können noch. Äh, ein bisschen länger hätte ich warten können. Das wär' geil gewesen. Ohohoho. Ohoho. Ohoho. Ah, hier sind sofort die Gegner. Hilfe. Wir sind sofort offen rum. Von links, rechts, überall. Also, keine Ahnung, wieso wir uns jetzt dahingestellt haben. Aber ich bin ja, ich folge, ich befolge nur Befehle. Also, es ist ziemlich dumm gewesen. Ich weiß nicht, warum wir da stehen. Wir machen das so was. Ja, aber deswegen lässt man sich doch nicht von links, rechts, überall beballern. Oh nein, Magic, brauch Hilfe. Magic, komm runter. I heal you. Ach, kacke. Er fährt natürlich da runter, ne? In die Ecke. Äh. Nein, Magic. Magic. Oh, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Oh. Äh. Ich bin halt jemand, ich will lieber mein... Ich will mein Schild lieber für den Angriff verwenden und nicht für die Verteidigung. Das finde ich halt ein bisschen... Äh. Nududududu. Oh, oh. Okay, jetzt ist das der Angriff. Das ist der Angriff, von dem ich gewartet habe, für mein Schild. Okay. Ja, jetzt greift vor, Angelo. Äh, lauf vor. Ja, ich bin der Vorläufer. Oh, oh, von hinten wird ein... Krass. Und jetzt... Aha, damit haben sie nicht gerechnet. Damit haben sie nicht gerechnet. Hahaha. Aua, 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 aua. So, dass die von hinten ballern ist ein bisschen unfair. Ich kann nach hinten nicht heilen. Nach vorne heilen irgendwie. Oh nein, unser Protonium-Reaktor wird auch noch angegriffen. Fuckidi, fuck, fuck. Die sind überall, Angelo. Vor uns, hinter uns. Am Protonium-Reaktor. Überall. So, Magic hat sein Schild. Ich hab... Mein Schild ist gleich ready. Und es ist ready. Aber was machen wir damit? Wir können ja eh nicht bei den reinschießen. Was ist die Obz? Jetzt hätten die permanenten Schild. Hinter uns. Zwei Leute hinter uns. Fucki, fucki, fuck, fuck, fuck. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich versuche, euch zu heilen die ganze Zeit. Aber ich schaff's nicht. Too much force. Überall wird geballert. Ich hab Angst. Ich hab Angst in mein Leben. Und ich bin tot. Ich bin ja schon ganz tot. Schüttel, bin doch tot. Das erste Mal. Was, was, was wollten wir überhaupt machen? Warum, warum machen wir denn das? Wir haben anscheinend so lange kein Battle Arena mal gespielt, dass wir einfach nur, wie die Blöden, einfach nur drauf zulaufen. Na komm, wir haben schon endlich so, ich hab fünf umgebracht. Ja, ich weiß, aber. Zu welchem Preis? Zu welchem Preis, Angelo? Mein Level ist jetzt auf acht. Ja. Das bedeutet, ich bin stärker geworden. Was ist wohl wahr? Denn was will ich umbringen, macht mich stärker. Als wenn du mir einen Arm abschneidet, wäre ich stärker. Ja, das stimmt. Vorher ist jetzt, überlebst du das? Arm abschneiden ist nicht so einfach, ne? Oh oh, ich hab nur zwei Waffen und er ist voll böse vorgegen mich und ich hab kein Schild. Oh oh, war die dumme Idee. Hilfe, Hilfe, Magic, Magic. Ich mag dich doch, Magic. Ach ja. Und jetzt haut er ab, ne? Jetzt haut er ab, wo Magic kommt. Feige, feige ist er. Überall die Gegner rumjumpen. Boah. Was machen wir denn jetzt? Haben wir die... Ne, wir haben immer noch keine Türme. Nur einen scheiß Turm haben wir. Okay, wir holen uns zur Rechten. Los, 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 los. Ich bin gleich wieder breit und laufe ich zum Rechten. So, boom. Dann hol ich mir den. Alter, die Schüsse, die von vorne kommen. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann laufe ich mal los. Lauf schneller. Nur bin ich schon langsam. Oh nein, was war das denn? Total beschissen gesetzt habe ich das Ding. Total beschissen. Hansjö, wieso hast du schon Schaden bekommen? Was? Jetzt passiert einfach nichts hier. Keine Rolle. Wir hören die Töne, sie sind so viele. Ja, ich weiß. Außer wir machen. Wir müssen auch was machen. Die haben gleich den anderen Turm auch noch. Fällt da oben, der schießt doch keiner runter da oben, ne? Ne, geht ja nicht, kriegt die nicht mit meinem Klasma. Ja, eben. Lass mal als Scheiße habe ich das schon gesagt. Oh, wie der falsche Taste gedrückt. Och man, wieso doch nochmal drei. Ja, Angelo, oh man. Jetzt habe ich sie nur so einen Scheiß Schild dahin gepappt. Wie sinnlos, ey. Ach man, Leute, das wird nicht gut gehen. Ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl. Ja. Okay, Magic hat wenigstens ein Schildschild gesetzt. Das ist gut. Oh, so schnell kann man sich gar nicht alle hochheilen. Das geht gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, der arme Angelo. Mein Schild reicht noch nicht. Oder? Kann ich ein Schild setzen? Ich weiß es nicht. Nein, kann ich nicht. Ach, bin da gut. Das habe ich auch schon gemerkt. Oh Leute, jetzt ist mein Modul weg oder was? Ich muss mich verarschen, ey. Äh, hochheilen. Gegenseitig hochheilen. Wie blöde. Wie blöd. Gegenseitig hochheilen. Ja, 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 ja. Wir tanken das weg. Easy, Mann. Du holst auch Kinder, diese Flieger manchmal runter, ne? Ne, wer? Der Dürf fliegt immer da oben. Das ist eigentlich, ich habe ja von sich aufgeschossen, aber es bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Weil sie auf den geschossen hat wohl. Ey, das ist so krank, Alter. Das ist so krank. Die sich zurückziehen, ey. Aua, aua. So. So. Aua, aua, aua. Wieso werden die sich zurücklaufen? Oh, shit. schicken wir denken das weg die sie jetzt nicht mehr so wie sie haben ordentlich was weggetankt was noch waffen magic ja wieso kommen meine wieso kommen meine meine mit meine gar nicht weil ich wurde gerade repariert das einzige was sie kommen ist in meine höchstlichen smg ist auch keine smg ist ich sag ja ich will eigentlich muss nur ich muss nur ding spielen nur medik purer medik da hätte ich jetzt meine medik ganz wieder das ist denn das für eine für ein ekelhaftes match ist einfach nur dumm ist mit baller irgendwie die ganze zeit das ist voll witzig haben wir überhaupt noch eine chance habe keine ahnung es wirkt nicht so verteidigen wenn ich die ganze zeit ist ein tor hier sind wir haben verloren der zweck ist ja nein nein die zuvor wird sterben die rache ist mein ich werde geschossen ach von dem werde ich geschossen schild biel haben schon ganz leer革 und gleich nennennennennen nennen nennennennennen nenne nennenn inner merkwürdig ist er da w memень müssen die medics wie daran wissen wir wieder ran ich bin zu weit gerollt ich kann mich auch nicht verstecken es geht aber nicht hier gibt es kein ort zum verstecken es war nervig wieso rutscht ich denn hier wieso blöde danke magic danke thank you very much ich fluche viel zu oft rum ich weiß ich weiß da kommt schon die nächsten raketen auf mich geflogen hier frisst das eine scheiß raketen können mich mal hier fress 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 dann landet ihr gleich wieder genüsslich und ich kriege im endeffekt eh nichts davon davon so ein bisschen heilen hier all damit tut langsam der rücken weh das ist ja das ist ja voll der krampf es ist echt ein krampf was ist denn das für ein stellungskrieg aber er gefällt mir gefällt es mir weiß auch nicht warum es ist ja verdammt krank irgendwie energie ist ziemlich im arsch natürlich ich was bombardiert mich gerade ich weiß noch nicht genau was wahrscheinlich ein zwiffer wahrscheinlich ein zwiffer ja hinter mir und das ist natürlich ein zwiffer ich hab's doch gewusst her von und zu zwiffer ist das der arme magic magic du liegst ein bisschen ungünstig du sollst doch nicht schlafen gehen du schaffst es drehen sie sich ganz langsam um lassen sich zeit lassen sich zeit hauptsache ist präzise gelandet ich bin grad geschmolzen und zwiffer bombt mich wieder wo ich hab sogar ein schild bekommen von unseren magic also 40.000 schaden scheiße ich hab keine ich ich mache ja nicht mal schaden an schuld ich komme ja nicht mal weg ich weiß gar nicht was überhaupt abgeht in der rest der map das gefühl dass alle hier sind aber irgendwie bist du viel zu wenig lust dafür jetzt geht der nicht mehr damit jetzt geht der damit jetzt wieder weg nein nein dafür kriegt dafür nehme ich jetzt rache für mein freund das ist so ein ekelhaftes match vielleicht liegt daran dass ich so 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 dass ich einfach nur so kacke bin ich glaube ich glaube weil ich so nutzlos bin weil ich einfach nur da stehe und heile aber irgendwie keinen schaden machen der form ist ja anscheinend ein purer heiler sehe ich gerade ok 21.000 habe ich geheilt was für ein scheiß dann verlieren wir das auch noch du kannst es schaffen wo lechner du bist der beste spring einfach herum und dann schießt die toho so ist gut da schießen noch mehr auf dich ja ich bin zweimal gestorben dreimal gestorben also was für ein krampf alter was ist denn das match gewesen so regelhaft also sehr eklig irgendwie so keine bewegung einfach nur auf krampf versucht zu verteidigen vielleicht komme ich ja sogar noch mal raus vielleicht kann ich ja noch mal lunschen vielleicht darf ich ja noch mal lunschen ne ich durfte noch mal lunschen dann ist das so ein typ der der ganze zeit oben rumfliegt und raketen ballert wir haben einfach keine flak und nichts und ein turm wäre auch nicht schlecht zu besitzen doch kacke wie heute über heute ich denn hier lang rache 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 karl den flugtürken kriegt man nicht runter weiß was war das denn was war das denn für ein scheiß oh gott ja ich bin ich bin nicht gestorben nur dreimal echter krampf ein richtiger krampf ganz ehrlich jetzt darf ich noch rein boah ey was für ein krampf ey du hast den meisten schaden aus dem team gemacht dann kommt magic und ich bin ganz weit unten aber wenigstens bin ich beim healen ganz weit oben boah das war echt ein krampf was würdest du machen ich bin auch derjenige der die meisten Leute gekillt hat überhaupt im spiel ja aber es geht nicht nur um killen ey ja ich muss doch irgendwie verteidigen das kam automatisch ey ja keine ahnung was man da machen sollte gerade es war echt krass ich hab noch nicht mal assist bekommen ja gut assist würde man wahrscheinlich heilen zählt er nicht als assist wahrscheinlich puh aber score technisch magic fire ja und ja wir können uns die hände reichen haben wir gut gemacht wir hocken schön im gegnerischen team dann gucken wir mal wieso auch immer was mein kentern ist besser als angelo damit julie damit julie naja gut wieso ja ich hab gar nicht gegen die kentern gespielt ja immer weniger damage gemacht mit julie du bist gar nicht besser weniger damage weniger töd mehr heilung mehr heilung mehr assist was interessiert das doch doch der ist besser heilung angelo heilung interessiert immer heilung ist wisch du musst doch was machen wisch ist das wisch ach krass es war auf jeden fall ein krasses match am ende obwohl sehr krampfig also ich glaube ich glaube 1 gegen 1 für dem anderen gewonnen ja ja das hätten alle gesagt klar er hat einfach seine beine weg geschossen mit einer salbe und was ist wenn er deine beine weg schießt geht er gar nicht hat er nur heilwaffen drauf was soll er machen heilen wie kommst du darauf dass er nur heilwaffen drauf hat er hat damage gemacht und ungeheilt ja aber wenn er sowas geht angelo aber ich hab mehr waffen drauf als er ich kann mehr rausballern als er ach deswegen bist du trotzdem nicht besser vielleicht triffst du ja nicht vielleicht schießt du immer vorbei vielleicht springt doch vorher hoch dass du vorbeischießt und dann schießt er dich tot ach ich schätze ich weiß noch weil bei noch springt aber nicht ich seh das doch ah leute alter ist schon sehr spät jetzt sehr spät ähm haha damit würde ich einfach mal so ich sag das jetzt einfach mal so leute dann einfach mal so ich war der tenji und ich war der anju hier von der dubs kanal und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann tschüssi eeee zzz legs pst zzz zzz IQ zzz zzz Vielen Dank.